Oh ne, oh, wir haben uns heute noch geschäft. Das ist nichts, wir haben uns heute noch geschäft. Untertitelung im Auftrag des WDR Also, AGR 20. 2022, die Jahreszahl stimmt auch. Ja, kann sein. So ist es oder sowas. Und war es nicht schnell genug? Ja, ich habe es nicht mehr. 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 Jetzt raus, ich bin zurück. Ich habe schon oft aufgedacht. Der Frosch. Der letzter kleiner Frosch. Der 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 Frosch. Wie ist das für ein Schöpfchen? Du bist heute noch nicht so viel gelaufen. Lauf, 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 lauf. Auf geht's. Letzte Etappe. Mit Molterin geht's ganz von alleine. Ja, das kannst du ja trinken. Ja. Das ist. Das kannst du nicht. Ja. 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 Ihr müsst euch so hinstellen, dass das Schild zu sehen ist. Rechts und links. Ja. 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 Ja.